Ich mache jetzt das gerade Brett im Unterarmstütz, um meine Rumpfmuskulatur zu kräftigen. Und damit mir währenddessen nicht so langweilig ist, spiele ich eine Runde Uno. The T-Brain Challenge begins. Der fängt an. 1, 2, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Das ist der Beginn einer mehrtägigen Plank-Challenge, in der ich jeden Tag ein neues Video auf YouTube hochladen werde und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist und mit mir zusammen die Challenge absolvierst. Also, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal!